Hey Ho! Willkommen zurück auf einen neuen Call of Duty Video von mir von DanteLP und heute wollte ich euch mal etwas neues zeigen. Sagt mal eine neue Rubrik von mir vielleicht. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, ein Abo und teilt es in die ganze Welt. Ich wollte nämlich anfangen für die kommenden CODs und das aktuelle vielleicht eine Ehrenrunde für Waffen, die ich Gold erspielt habe. Das heißt, in jedem Video habe ich das Messer Gold gespielt und mache eine Ehrenrunde, weil ich wahrscheinlich selten wieder das Messer spiele. Und da mache ich es halt so, egal wie beschissen die Runde wirklich wird, ob ich negativ bin, ob ich positiv bin, lade ich diese hoch. Und das ist dann die Ehrenrunde von der Waffe. Als Beispiel, ich habe jetzt ein Sniper Gold erspielt, mache ich eine Ehrenrunde Sniper. Ich darf keine andere Waffe benutzen, außer wirklich absolut im Notfall. Und wenn es euch wirklich gefallen tut, freue ich mich, finde ich habe ich halt Pech. Und hey, es dauert nicht mehr lange, wir haben die 100 Abonnenten. Mit deiner Hilfe können wir es sogar schaffen, wenn du es weiterleitest, wenn du es weiter teilst. Da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn du ein neuer Zuschauer bist. Das gerne ab, oder? Dann würde ich euch noch so erwünschen viel Spaß beim Weiterschauen, beim Negativgehen, beim Positivgehen. Wer weiß, vielleicht machen wir auch eine perfekte Kill-Serie mit der einer goldenen Waffe. Oh, oder sogar eine Nuke. Ich bin ein, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020